Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia zurück. Wir sind heute mal in einem alten Haus, glaube ich, wieder. Die Ziele sind heute, einen Beweis mit einem EMF-Reader zu finden. Das ist eigentlich easy. Welche Art von Gast es sich handelt, natürlich Standard. Dann drittens, wer gerne den Geist mit Räucherstäbchen und ihn dazubringen, eine Kerze auszublasen, können wir beides leider nicht machen. Auf jeden Fall habe ich mir aber wieder eine starke Taschenlampe besorgt. Aus dem Grund, weil, ja, man sieht einfach deutlich mehr mit der. Von daher, ja, gehen wir direkt mal rein und ich bringe halt alles rein, lol. Lol, hat der Geist da reingeschrieben? Oder was ist das? Äh, warte mal, warte mal. Hä, das, ah, nee, ah, das sind die Knöpfe, glaube ich, oder? Ja, ja, lol, ich dachte schon. Digga, was macht er denn hier? Die sind auf jeden Fall Türen offen. Mache auch direkt das Wasser raus, dann wird er safe braun. Okay, dann ist er ja wahrscheinlich nicht hier hinten, sondern eher hier vorne. Wieder einmal. Okay, wir legen das Buch einfach hier auf den Boden, das wird schon passen. Oder mache ich hier vorne auch nochmal das Wasser raus? Okay, jetzt ist dort hinten zu der Garage die Tür aufgegangen. Ich würde sagen, wir gucken kurz mit dem LMF-Reader, ob wir irgendeinen Abschlag finden. Oh, fünf. Okay, hier geht es aber wieder weniger. Ja, dann ist er hier, aber eher hier vorne. Oh, warte, wir können ein Foto machen. Mann, scheiß weh, hast du dir die ganze Zeit geparkt, jetzt kam ich zu spät hier. Ach Gott. Ja, wir haben auf jeden Fall schon einen Beweis, das ist schon mal gut. Dann trage ich den kurz ein. Okay, LMF, haben wir den Beweis. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich Fingerabdrücke finde. Ah, tatsächlich. Oh, lol. Da auch. Hier auch. Oh, nice, wir können das aber jetzt zu fotografieren, warte mal. LMF-Reader geht auch schon wieder ein bisschen los. Ey, es geht schnell, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Stell mal noch die Kamera hier hinten auf. Okay, Leute, ich würde sagen, ich versuche mal mit ihm zu sprechen, oder? Hallo? Bist du hier? Ja, toll, er redet schon wieder nicht mit uns. Mann, wieso reden diese Geister denn hier? Okay, aber das Wasser wird nicht braun. Ich könnte noch nach einem Knochen suchen. Hab ich den? Ja, den hab ich dabei. Warte mal, hat er überhaupt gezählt, dieses Foto? Aber nur zwei Sterne, geschade. Ah, da ist er auch schon mit dem Knochen. Fotografieren wir den mal und nehmen ihn auch gleich mit. Oh, ich will den LMF-Reader einfach schon wieder von hier. Krass, ey. Okay, der Foto-Dings ist ready. Ich weiß, wie ihn sehen, den Geist. Okay, wir fotografieren noch kurz das EMF-Gerät. Nein, ach, Digga, ich wollte gerade Fotografieren. Mach mal zu, Mann. Okay, es könnte übrigens noch ein Banshee, ein Rivenin. Ja, es könnte noch die Zeit sein. Okay, Leute, wir müssen noch Ausschau halten. Entweder aufs Geisterbuch oder auf, ähm, Gefriertemperaturen. Denn dann wäre es, bei Gefriertemperaturen wäre es, glaube ich, ein Banshee. Und wenn er ins Buch schreibt, ist es ein Rivenin. Ja, ich bin mal gespannt. Aber wieso haben diese Fingerabdrücke nur so wenig gegeben? Ich mach das Ganze jetzt mal noch von hier. Äh. Und hoffe, dass das kein Fehler sein wird. Das zählt einfach gar nichts. Och, nee. Das war ein Fehler, Leute. Oh, warte mal. Oh, der ist nicht gerade gefehlt. Oh, Leute. Jo. Alter, was? Äh, wie konnte der mich finden? Ist instant auf mich losgerannt. Und alles klar, Digga. Alles klar. Jo, und wie sind die... Oh, warte mal. Äh, äh, Banshee. Oh, Gott, lol. Ich, ich weiß nicht, was es war. Oh, also... Es war wirklich ein Banshee, lol. Wie viel Lack, dass wir hatten. Wieso bekommen wir aber jetzt wieder nur 15? Ich hatte wieder auf Profi gespielt. Das macht so keinen Sinn. Okay, als nächstes gehen wir in das Edgefield Street House. Natürlich wieder als Profi, weil da bekommen wir mehr, mehr Geld. Okay, warte, wir können auch noch kurz eine neue Taschenlampe kaufen, eine starke. Weil die haben wir ja vorhin gerade verloren. 2.000 Jahre später. So, Leute, wir sind hier gespawnt. Nehmen hier direkt wieder den Schlüssel. Ähm, wir müssen wieder mit dem AMF-Reader. Können wir machen. Die anderen zwei natürlich wieder nicht. Alles klar. Okay, wir haben jetzt hier wieder die starke Taschenlampe. Ich bringe erstmal wieder alles rein. Und, ja, dann sehen wir uns drin halt wieder. Okay, Leute. Ich habe alles reingebracht. Ich habe wieder den AMF-Reader und nehme auch wieder den Fotodings in die Hand. Und dann gehen wir mal durchs Ganze raus und suchen nach... ...irgendwelchen Beweisen. Oder Ausschlägen oder... ...ersten Hinwachen oder so. Ah, okay, da hinten liegt ein Knochen. Ein bisschen versteckt. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, vielleicht ist er hier. Aber ich vermute nicht. Ich gehe mal noch hoch. Okay, Leute. Nürnz, ein Ausschlag oder so. Ich gehe jetzt mal noch ganz nach unten in den Keller. Vielleicht finden wir dort noch irgendwas. Okay, da hinten ist der Stromgenerator. Den machen wir erstmal an. Okay, aber hier unten ist sonst eigentlich auch nichts. Dann gehe ich mal hoch und versuche mal mit ihm zu sprechen. Oh, da ist ein Ausschlag hier. Okay, ist das hier? Es ist hier in der Küche. Okay, dann hole ich mal den Stuff rein. Beziehungsweise dann einfach ein Armweiser rüber. Und hoffen, dass wir mehr Beweise finden. Stimmt, hier brennt auch das Licht. Das habe ich doch nicht angemacht. Ah, da ist auch schon ein Fingerabdruck. Perfekt. Ja, da haben wir einen Beweis. Immerhin. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Dann haben wir zumindest schon mal einen Beweis mehr. Das war ja das eigentlich erst unser erster Beweis. Aber egal. Okay, Leute. Ich rede jetzt mal noch mit ihm. Und mal gucken, ob er mir antwortet. Hallo? Wo bist du? Okay, der Geist scheint aber nicht mit uns zu sprechen. Vorhin habe ich auch noch nicht gehört. Okay, es war die hier. Ist er vielleicht hier drin? Ich mache hier mal noch das Wasser. Okay, ich habe bisher aber noch nichts. Oh. Er hat wieder da. Da, 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 da. geschrieben. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen weiteren Beweis. Dann haben wir jetzt Geisterbuch. Okay. Perfekt. Dann gehe ich jetzt mal noch kurz gucken, ob wir hier vielleicht ein Geisterorb sehen. Das wäre wahrscheinlich noch wichtig. Ja, aber für das mache ich jetzt hier erstmal das Licht aus, weil sonst kennt man eh wieder nichts. Okay, unsere Sanity ist noch relativ hoch. Alter, ich kann nicht mal reden. Oh, lol. Alter, alle Lichter sind ausgegangen. Okay, Leute, ich warte jetzt hier schon ein Weilchen und ich habe noch eigentlich noch gar nichts gefunden oder gesehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach wieder rein. Ich meine, ja, es bringt ja auch nichts, hier draußen zu sein. Oh, Leute, jetzt ist er gerade hoch. Okay, ich habe aber nichts gesehen und die Dingsstufe ist jetzt auch schon wieder unten. Deswegen gehen wir jetzt mal rein und, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Abwarten. Abwarten und Tee trinken. Ging die Gespräche noch nicht so? Äh, wieso ist die Tür zu? Okay, Leute. Aktuell könnte es noch ein Spirit, ein Rivenend, ein Hantu sein. Okay, warte mal. Für einen Hantu bräuchte man noch einen Geist. Ja, aber das kann man ja eigentlich ausschließen. Für einen Rivenend bräuchten wir noch EMF 5. Und für einen Spirit bräuchten wir noch die Geisterbox. Hier vorne hat er scheinbar auch gerade auf dem Klavier gespielt, Alter. Das Ding ist, Geisterbox können wir eigentlich auch schon ausschließen, oder? Ja, okay, Leute, ich habe jetzt nochmal versucht, mit dem zu sprechen. Es hat aber wirklich nichts irgendwie angezeigt. Das heißt, das können wir eigentlich ausschließen. Geisterob weiß ich jetzt nicht, ob wir das wirklich schon ausschließen können. Alter, das reflektiert hier so ganz komisch, ey. Okay. EMF weiß ich auch nicht, weil es hat ja schon einen Ausschlag, aber... Oh nein. Aber EMF Stufe 5 war es ja... Oh nein. Weiß er trotzdem nicht. Wir könnten natürlich jetzt einfach rausgehen und 50-50 machen. Also, 50-50 ist klar, aber ich... Wir könnten dann einfach auf Safety gehen und dann ist halt die Chance noch 50-50. Ob es jetzt EMF ist oder Geisterob. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch, weil ich bin gerade rausgelaufen. Auf jeden Fall gucke ich jetzt mal noch wegen dem Geisterorps hier, ob ich vielleicht eins erkennen kann. Weil dann wäre der Fall ja sowieso klar. Ja, okay, Leute, aber ich stehe jetzt hier schon ziemlich lange auf dem Bildschirm und ich sehe einfach nichts. Ich vermute, dass es EMF ist. Aber ich weiß es halt nicht. Ach, komm, wir machen jetzt einfach EMF. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Dann wäre es ein Revenant. Okay. Perfekt. Ja, dann gehen wir jetzt halt. Ich meine... Ja, Digger. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, es war ein Hantu. Das heißt, es war eigentlich falsch. Wir haben mit den Fotos haben wir 50 bekommen. Knochenbeweis 10. Und Aufgabe 2. Das war ja das mit dem EMF-Ausschlag auch 10. Versicherung minus. Keine Ahnung. Aber es ist ja auch 0 Dollar, von daher kein Ding. Also wir haben 105 gemacht. Sie sagen, gerechnet sind ja das 35. Leute, dann könnt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich dann mit ein bisschen besserem Equipment erkunden. Ja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge Phasmophobia. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.